auch bitte zugreifend zu machen und ich habe schon woher auch jetzt zwar wieder einfach anders ist auch gar nicht soll sein das Feldfeld war auch nicht so das kann man tun das hat mich dazu dass europäisch wir haben wir uns zu fließen also nicht ist da oder nicht ist da hin Prozent Prozent der Tat aber was bauen er nicht nicht nur weil es kennt auch immer was da gibt man was damit auch habe ich keine Lust wenn ich jetzt etwas über Kopfsetzer um aber nicht machen da war es für ok kann gerade nicht um ein wasser ich helfe weil schön ist egal ist sogar schon was fertig das wasser Goyle jetzt kommen ja warte ich baue jetzt so schnell die letzten paar Blöcke ab und dann mach ich ob ich für dich okay nur weiß ich nicht ohne weiß ich nicht aber der Befehl dazu ist sehr schnell er hat den Namen erkannt was mit ich bin mir praktisch nein ich kann mich nicht erwähnt in der ja, merkt das nicht die denkt echt, ich merke das nicht, oder? was? ich hab mal grad auch geschrieben, dass er schwul ist stimmt auch, haha wir waren ja alle so lustig ich hab mich ehrlich gemacht, nicht wahr ah, und steht natürlich auf beides nein, das ist Felix, ich stehe nur auf Frauen und zwar, ich mach genauso äh, 248, was, oder? ja das auf Transpiele O-Pad das ist ja alles ich glaube, ich brauche euch die ganze Zeit in der F5 Perspektive Ray, my own Bro Peter ich wollte das wollen das weiß ich doch nicht, warum du jetzt hier Dings warst in der in der Third-Person Perspektive Drück F3 Ah, ne falsch hast du F F5 meinst du? aber der alte 4 genauer und das wird anseitiert der tipp dort ist auch so gut und meine falle während bisher holzplanken ist unverarbeitete holz wir haben das alte 4 gedrückt um erwartieren normales und meine falle wo ist der ganz wo es das ganze dort sind habe ich alles Tore ich brauch selber ich baute aus ich weiß nicht mehr das selbein mein Dach er muss es doch ab What the f**k? Nee, ein Fisch. Hallo? Nein! Scheiße! Der wird! Das ist so geil. Und tschüss, danke. Ich geh deine Tausche rein. Was wird das mit dem Glas Ding hier? Dort! Weißt du? Ich bin rechts vor allem. Was? Welches Glas Ding hier? Das da, wo du da mit den zwei... Wo? Meinst du? Das Glas Ding ist da. Ja. Ach so, das? Das kann ich dir verraten. Und zwar, Bauplan ist, dass ich hier unten Lava reinsitze. Ach, schon mal einmal. Und dann mache ich hier Glas in dem Moment. Und dann tue ich Oberwartetrohr. Das sieht so aus, als ob der Trommel Lava wäre. Weit mich für richtig schön, äh, eine heiße Quelle. Ich bin jetzt hier. Ach, ein Onsen. Willst du dir bauen, oder wie? Ja, das ist eine unlogische. Was ist das? Unlogisch. Das hier? Oh, Leute. Ich bin mal weg. Sorry. Sollen wir jetzt nicht mal schlafen gehen? Schlaf? Was ist das? Kann man das essen? Ja. Kann man Bücher essen? Ja. Dann bin ich happy. kann man zwei so essen mein Bett die von meiner Bruder also ich bin in meinem Bett ich auch ich bin nicht, komm ich mein, wir nehmen Fette, was soll das denn jetzt werden wieso komm ich nicht in das Bett? macht die Hühne R sei wohl, lass den Scheiß ja, aber ich bin jetzt nicht im Bett ich bin im Bett, ich bin nur gerade Buggy jetzt geht Zairo oh, jetzt hat er ich hab' einen Frame einbruch da brennt was, da brennt was, da brennt was Toni sagt er immer noch, wie soll es sich dein Essen auf dem Grill lassen ich bin immer noch ganz lustig ich bin immer noch ganz lustig äh, wie wir alle immer gleich aufstehen äh, meine Frage, gibt's irgendwas informatives, die in letzter Zeit passiert? was passiert? nein wie nächst also stimmt irgendwas witziges, was euch in der Sitzel passiert ist, oder? ja und was? ha? und was? und jetzt hat noch einmal los also ich hab' den Soldaten getroffen oh, mitpod mkt oh, mitpod, mitpod. prohib hello her hier hinter mir ich glaube ich auch schon dafür hat sie auch schon zwei von den Viechern das ist eine komplette well warum er gelöst bei uns geht so nicht doch immer erde hier was von erde gab die habe ich ja auch nur nicht da wo du es haben willst passt schon, rein in mein Bruder wo? jetzt gib mal erde hier 4, 3, 2, 1 Tony sucht wie immer die Titten dieses Spiels Tony sagt auch noch mit den Klöten Denken bringt nix Gutes ja ein bisschen Spaß muss sein als uns ein bisschen Spaß muss sein da kommt der Heck von ganz allein oder wie was? den gehört das Sandstein aus hier ja also das wird im Kongro so was Kanzler abbauen das spielte ihn nicht mehr mit Schade eigentlich ja das war ein wichtiger Typ der hat sie irgendwie ein Wörter wie Kronk ja aus dem Kongro ne war er nicht ehrlich ja da kommt es jetzt drauf alter du fliegst gleich mit dem Motto jetzt kommt vielleicht bin ich unten ein ein ich will auch mal dann macht wir haben ihn kommen aus wurden haben wir noch gehört so ich brauche ein bisschen dort ab ich habe kein wird mehr ich habe alles darum baue ich ihn jetzt auch ab 6 7 8 stecken bauen 5 6 7 8 nein ich ficke das ist doch gelacht also ich bin doch ja ein mal 8 als das war ich auch in der Bühne bei der selber schon über die Dauern den Krieg muss so und fehlplatz wir haben auch dafür dass wir noch einen dungeon suchen weil ich würde auch bei uns bis in der Klinik noch dabei da ja da machen wir da auch in Karlsruhe weil ich den Markt haben müssen wir anfangen zu fahren weil ich fahre jetzt ich fahre jetzt schon wieder aus dem Störd so also jetzt trotzdem was was gibt es so ist was haben wir in letzter Zeit erlebt zum Beispiel welche Animes gucken war gerade Toni Pandora Harz Saido schaust du Animes er guckt ein Teil also guckt er auch an ihm ich hab da weiß ich immer was enttäuscht sind wir haben das Haus das wird die Tür abkürtet was sagten feier Prozent die ganz neuer präsenten abfahren und an die in doch nicht so was ich glaube ich bin seit ich glaube ich sind seit europa Transparence aus der Krise rausgekommen hoffenheim das war für zählich das ist er die Wachstum so immer noch gehört er und das Volk war es nicht heute eine Reine ich habe eine IT übrigens und da ist kann ich dich ich kann die einen Aufenthaltsvor Ort ganz einfach aus dem Beiz auf die Fresse Dein Glas wegbaust